Die DFL hat den Spielplan für die kommende Zweitligasaison veröffentlicht und das Startprogramm des ersten FC Kaiserslautern hat es in sich. Am ersten Spieltag trifft man zu Hause im Fritz-Walter-Stadion auf den FC St. Pauli, der unter Trainer Fabian Hürzeler in 17 Partien 13 Siege einfahren konnte. Danach folgt das Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04, der im Eröffnungsspiel auf den Hamburger SV trifft. Ende August empfängt der FCK die SV Elversberg und nur einen Monat später können sich die Roten Teufel im Karlsruher Wildpark für die Derby-Niederlage revanchieren. Im DFB-Pokal gastiert die Mannschaft von Dirk Schuster beim Oberligisten FC Rot-Weiß Koblenz. Zum ersten Mal seit sieben Jahren spielt der erste FCK gegen ein unterklassiges Team und hat dadurch gute Chancen auf den Einzug in die zweite Pokalrunde. Zuletzt gelang dies vor knapp vier Jahren und die zusätzlichen Einnahmen kann der Verein sehr gut gebrauchen. Doch um auch in der kommenden Spielzeit konkurrenzfähig zu sein, muss die Mannschaft personell verstärkt werden. Mit Jan Elwedi und Timo Purasch wurden zwei erfahrene Verteidiger verpflichtet und für die Dienste vom Mittelfeldspieler Tobias Raschl überwies der FCK laut Medienberichten eine halbe Million Euro an Kreuter Fürth. Trotz der drei Neuzugänge wünscht sich Cheftrainer Dirk Schuster weitere Verstärkungen, unter anderem einen defensiven Mittelfeldspieler und einen Konkurrenten für Terence Boyd. Zuletzt wurde Ragnar Ache mit dem ersten FCK Slausel in Verbindung gebracht. Der 24-Jährige war in der vergangenen Saison an Kreuter Fürth ausgeliehen und schoss in 32 Spielen sieben Tore und legte vier weitere vor. Sein Stammverein Eintracht Frankfurt scheint nicht mehr mit ihm zu planen, weswegen eine erneute Ausleihe mit einer möglichen Kaufoption angestrebt wird. Doch neben dem ersten FCK sind auch Fortuna Düsseldorf und Kreuter Fürth an ihm dran. Das neueste Gerücht betrifft den vereinslosen Keenen Bennets. Laut Sky Reporter Florian Plettenberg sind Hannover 96, WN Wiesbaden, Eintracht Braunschweig und der FCK am 24-Jährigen interessiert und ein Wechsel könnte schon bald über die Bühne gehen. Zu welchem Verein der gebürtige Engländer wechseln wird, ist aktuell noch nicht klar. In der letzten Saison stand er beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag und kam dabei auf 15 Kurzeinsätze. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonnier den Kanal.